Es ist die Zeit des Ersten Weltkrieges. Ein Trupp Soldaten vertreibt sich an der Front die Zeit mit Briefen aus der Heimat. Und auch mit Gesprächen. Ein französischer Soldat gesellte sich zu ihnen und das, was er ihnen erzählte, verwunderte sie, aber auch zukünftige Generationen sehr. So sehr, dass einer der deutschen Soldaten das Erzählte nach Hause übermittelte. Die Rede ist von den Feldpostbriefen. Anfang der 50er Jahre wurden diese Feldpostbriefe aus dem Ersten Weltkrieg des oberbayerischen Soldaten Andreas Rill in Familienbesitz gefunden. Andreas Rill war Schreinermeister in Untermühlhausen. Er schildert in diesen beiden Briefe die Begegnung mit einem hellsichtigen Franzosen und dessen Vorhersagen über die Zukunft. Ihr Inhalt rief zugleich Verwunderung und Erstaunen hervor. Damit ihr brisanter Inhalt nicht gefälscht wäre, wurden die Briefe mehrfach von Fachleuten untersucht und ihre Echtheit wurde einwandfreie bestätigt. Was einem eine Gänsehaut einbrachte, dachte man an deren Inhalt. Der erste Feldpostbrief wurde übrigens von Andreas Rill am 24. August 1914 verfasst. Meine Lieben, habe deine Karte erhalten und bin noch gesund, was ich auch von euch allen hoffe. Sonst geht der Krieg weiter und vorwärts. Wir sind heute in Ruhe und da will ich euch von dem Komplizen schreiben, den ich im letzten Brief erwähnt habe. Ein sonderbarer Heiliger, denn es ist nicht zum Glauben, was der alles gesagt hat. Wenn wir wüssten, was alles bevorsteht, würden wir heute noch die Gewehre wegwerfen und wir dürfen ja nicht glauben, dass wir von der Welt was wüssten. Der Krieg, sagte er, ist für Deutschland verloren und geht ins fünfte Jahr. Dann kommt Revolution, aber sie kommt nicht recht zum Ausbruch. Der eine geht und der andere kommt und reich wird man. Alles wird Millionär und so viel Geld gibt's, dass man's beim Fenster rauswirft und keiner glaubt's mehr auf. Der Krieg geht unter der Fuchtel weiter und es geht den Leuten nicht schlecht, aber sie sind nicht zufrieden. Unter dieser Zeit, sagt er, wird der Antichrist geboren im äußersten Russland von einer Jüdin und der tritt erst in den 50er Jahren auf. Dann, sagte er, an dem Tage, wo Markustag auf Ostern fällt. Wann das sein soll, weiß ich nicht. Vor dem kommt ein Mann aus der niederen Stufe und der macht alles gleich in Deutschland und die Leute haben nichts Rechtes zu reden. Und zwar mit seiner Strenge, dass es uns das Wasser bei allen Fugen raustreibt. Denn der nimmt den Leuten mehr, als er gibt, und straft die Leute entsetzlich. Denn um diese Zeit verliert das Recht sein Recht und es gibt viel Maulhelden und Betrüger. Die Leute werden wieder ärmer, ohne dass sie es merken. Jeden Tag gibt's neue Gesetze und viele werden dadurch manches erleben oder gar sterben. Die Zeit beginnt ca. 1932 und dauert neun Jahre. Alles geht auf eines Mannes Diktat, sagt er. Dann kommt die Zeit 1938, werden Überfallen und zum Kriege gearbeitet. Der Krieg dauert nicht ganz drei Jahre und endet schlecht für diesen Mann und seinen Anhang. Das Volk steht auf mit den Soldaten. Denn es kommt die ganze Lumperei auf und es geht wild zu in den Städten. Er sagte, man soll unter dieser Zeit kein Amt oder dergleichen annehmen. Alles kommt an den Galgen oder wird unter der Haustür aufgehängt, wenn nicht an Fensterblöcke hingenagelt. Denn die Wut unter den Leuten sei entsetzlich, denn da kommen Sachen auf, unmenschlich. Die Leute werden sehr arm und die Kleiderpracht hat ihr Höchstes erreicht und die Leute sind froh, wenn sie sich noch in Sandsäcke kleiden können. Vom Krieg selbst sagt er, dass keiner was bekommt vom anderen. Und wenn sich die Schweiz an Deutschland anschließt, dann dauert es nicht mehr lange und der Krieg ist aus. Deutschland wird zerrissen und ein neuer Mann tritt zutage, der das neue Deutschland leitet und aufrichtet. Wer das fleißigste Volk besitzt, erhält die Weltherrschaft. England wird dann der ärmste Staat in Europa, denn Deutschland ist das fleißigste Volk der Welt. Am Schluss kommt noch Russland und fällt über Deutschland her, wird aber zurückgeschlagen, weil die Natur eingreift. Und da wird in Süddeutschland ein Platz sein, wo das Ereignis sein sollte, wo die Leute von der ganzen Welt hinreisen, zuschauen. Dann sagt er, dass der regierende Papst dabei sei beim Friedensschluss. Muss aber zuvor in Italien fliehen, da er als Verräter hingestellt wird und er kommt nach Köln, wo er nur einen Trümmerhaufen findet, alles kaputt. Und im Jahre 1949 kommt erst der Aufstieg. Dann kommen gute Zeiten. Auch von Italien sagt er, dass es gegen uns geht und in einem Jahr den Krieg erklärt und beim Zweiten Krieg mit uns geht. Italien wird furchtbar zugerichtet und viele deutsche Soldaten finden dort ihr Grab. Wir sagen, der hat's doch nicht ganz recht oder er spinnt. Ihr werdet darüber lachen, denn das ist doch nicht zum Glauben. Der Mann sprach mehrere Sprachen. Wir haben ihn ausgelacht, aber der Leutnant sprach mit ihm die ganze Nacht. Und was er noch alles gesagt hat, könnt ihr euch nicht denken. Jetzt habe ich genug am Schreiben und ihr braucht da nichts zu glauben. Ich schreibe nur, damit ihr seht, was es für Menschen gibt. Sonst weiß ich heute wenig, bin gesund und morgen geht's weiter. Man ist halt im fremden Land. Hoffentlich geht der Krieg bald zu Ende und nicht, wie der sagte. Was gibt's Neues zu Hause und sind schon wieder welche fortgekommen? Sonst habe ich noch keinen getroffen. Ich hoffe, der Brief wird euch alle gesund antreffen und gebt mir bald wieder Antwort. Die Adresse ist noch die gleiche. Haben die Leute schon bald alles zu Hause vom Feld, da die Leute doch fehlen jetzt mit dem Krieg? Kommt der Vater auch hier und da rauf? Nun muss ich schließen und sende euch allen die herzlichsten Grüße aus weiter Ferne und macht euch keine Sorgen, es wird schon durchgehen. Viele Grüße an alle im Dorfe. Die werden sich den Krieg ganz leicht vorstellen, aber da haben die Leute keine Ahnung. Vorgestern Hauptmann Bauchschuss und viele verwundete Soldaten. Viele Grüße euer Vater. Bald schreiben. Der zweite Feldpostbrief vom 30. August 1914, liebe Anna und Kinder. Habe endlich euren Brief vom 17. mit Dank erhalten und nun wird's schnell Zeit, einige Zeilen zu schreiben. Hoffentlich habt ihr meinen Brief schon in Händen. Sonst gibt es nichts Neues bei uns. Man sagt, der Krieg ist bis Weihnachten zu Ende. Hoffentlich geht es euch gut. Den Brief vom prophetischen Franzosen werdet ihr auch schon haben. Da werde ich nicht fertig, was der alles gesagt hat. Denke immer an ihn. Es scheint fast unglaublich und ich will noch einiges euch mitteilen, denn ob das wirklich kommen soll, ist wie ein Hirngespinst. Da hat er immer wieder betont von den dunklen Männern, die dieses Unheil bringen sollen und die sind in der ganzen Welt verteilt an der Zahl 7. Und die Zahl 7 hat eine große Bedeutung. Und der Stuhl 12, den dieser Mann zur Zeit bekleidet, ist voll Schrecken und Morden. Er spricht und mahnt die Völker zur Rückkehr. Aber alles umsonst. Die Menschen werden immer wieder ins Unglück getrieben und schlechter. Und alles will nur Ware und Besitz haben. Steht an der Jahreszahl 4 und 5, dann wird Deutschland von allen Seiten zusammengedrückt und das zweite Weltgeschehen ist zu Ende. Und der Mensch verschwindet und das Volk steht da und wird noch vollständig ausgeraubt und vernichtet bis ins Unendliche. Aber die Feinde stehen auch nicht gut miteinander. Die dunklen werden bestrebt sein, die Völker mit großen Versprechungen zu beruhigen. Und die Sieger kommen in das gleiche Ziel wie die Besiegten. In Deutschland kommen dann Regierungen, aber sie können ihr Ziel nicht ausführen, da ihr Vorhaben immer wieder vereitelt wird. Der Mann und das Zeichen verschwinden und es weiß niemand wohin. Aber der Fluch im Innern bleibt bestehen und die Leute sinken immer tiefer in der Moral und werden immer schlechter. Die Not wird noch viel größer und fordert viele Opfer. Die Leute bedienen sich sogar aller möglichen Ausflüchte und Religionen, um die Schuld an dem teuflischen Verbrechen abzuwälzen. Aber es ist den Leuten alles gleich, denn der gute Mensch kann fast nicht mehr bestehen während dieser Zeit und wird verdrängt und verachtet. Dann erheben sich die Leute selbst gegeneinander, denn der Hass und Neid wachsen wie das Gras und die Leute kommen noch immer weiter in den Abgrund. Die Besatzungen lösen sich voneinander und ziehen ab mit der Beute des Geraubten, was ihnen auch sehr viel Unheil bringt und das Unheil des dritten Weltgeschehens bricht herein. Russland überfällt den Süden Deutschlands, aber kurze Zeit und den verfluchten Menschen wird gezeigt werden, dass ein Gott bestehe, der diesem Geschehen ein Ende macht. Um diese Zeit soll es furchtbar zugehen und es soll den Leuten nichts mehr helfen, denn die Leute sind zu weit gekommen und können nicht mehr zurück, da sie die Ermahnungen nicht gehört haben. Dann werden die Leute, die noch da sind, ruhig und Angst und Schrecken wird unter ihnen weilen, denn jetzt haben sie dann Zeit, nachzudenken und gute Lehren zu ziehen, was sie zuvor nicht gewollt haben. Am Schluss dieser Teufelszeit werden dann die geglaubten Sieger an die Besiegten kommen, um Rat und Hilfe, denn auch ihr Los ist schrecklich, denn es liegt alles am Boden wie ein Ungeheuer. Er sagte, er sagte, das soll im Jahre 1949 sein, 47 und 48 sollen die Jahre dieser wilden Einkehr sein. Wer weiß, ob wir bis dort noch leben, und es ist ja nicht zum Glauben, und ich schreibe es nur, damit ihr seht, was der alles gesagt hat. Und von den Kindern erlebt die Zeit doch eines. Beim dritten Geschehen soll Russland in Deutschland einfallen, und zwar im Süden bis Schiemgau. Und die Berge sollen da Feuer speien. Und der Russe soll alles zurücklassen an Kriegsgerät. Bis zu Donau und Inn wird alles dem Erdboden gleichgemacht und vernichtet. Die Flüsse sind alle so seicht, dass man keine Brücke mehr braucht zum Hinübergehen. Von der Isar an wird den Leuten kein Leid mehr geschehen, und es wird nur Not und Elend hausen. Die schlechten Menschen werden zugrunde gehen, als wie wenn's im Winter schneit. Und auch die Religion wird ausgeputzt und gereinigt. Aber die Kirche hält den Siegestriumph, sagt er. In Russland werden alle Machthaber vernichtet. Die Leichen werden dort nicht begraben und bleiben liegen. Hunger und Vernichtung ist in diesem Lande zur Strafe für ihre Verbrechen. Da muss man doch lachen über diese Reden. Und wir lachten. Aber er sagte, von uns erlebt's nur einer, und der wird an mich denken. Nun, was soll das werden? Es ist fast nicht glaubhaft. Im Jahre 1948 geht die Strafe Gottes zu Ende. Und die Menschen werden sein wie die Lämmer und zufrieden wie noch nie. Und von Siegerträumen hört es auf, und es ist ausgestorben in den Ländern. Ich glaub, bis dahin leb ich nicht mehr. Macht euch aber keine Gedanken darüber. Was gibt es bei euch Neues? Wie geht's meiner Schwester? Die Buben werden lachen über den Schwafel von dem Mann. Andreas Rill schilderte ausführlich in diesen beiden Briefen die Begegnung seiner Soldatengruppe mit einem hellsichtigen Franzosen und dessen Vorhersagen über die Zukunft. Deutlich kann man den Briefen entnehmen, dass die Gruppe über diesen Mann nur Spott überhatte. Dennoch aber scheint Andreas Rill gefesselt von den Aussagen dieses seltsamen Propheten, über den wir heute leider nichts mehr wissen gewesen seien. Da werde ich nicht fertig, was der alles gesagt hat. Denke immer an ihn. Es scheint fast unglaublich, und ich will noch einiges euch mitteilen. Lasst uns also auf die für uns relevanten Zeilen einen Blick werfen und diese mit den Schauungen von Alois Irlmayr vergleichen. Ich bin gespannt, welche Parallelen wir dabei finden werden. Am Schluss kommt noch Russland und fällt über Deutschland her, wird aber zurückgeschlagen, weil die Natur eingreift, und da wird in Süddeutschland ein Platz sein, wo das Ereignis sein sollte, wo die Leute von der ganzen Welt hinreisen, zuschauen. Dies könnte scheinbar eine Anspielung auf jenen Erdriss nördlich der Donau, welchen Irlmayr auch erwähnte, sein. So sah er nördlich der Donau in einer Stadt die Erde aufreißen und einige Monate vorher eine Naturkatastrophe den Krieg ankündigen, womit, in Hinblick auf ein anderes Irlmayr-Zitat, ein Erdbeben gemeint sein wird. Und in einer Stadt nördlich der Donau werden sich zwei Bodenspalten auftun, durch die die Menschheit auf seit Jahrhunderten verborgene Schätze stoßen wird, die uns über die schwere Zeit hinweg helfen. Auch die Feldpostbriefe sprechen wie Irlmayr von einer Flucht des Papstes sowie einer zerstörten Stadt Köln und dass der Papst diese Stadt nach seiner Flucht besuchen wird. Insgesamt bemerkenswerte Ähnlichkeiten zu Irlmayrs Aussagen. Irlmayr war zum Zeitpunkt des Entstehens der Feldpostbriefe etwa 18 Jahre alt. Allerdings wurden diese Briefe ja erst in den 1950er Jahren entdeckt bzw. abgedruckt. Sie wurden erstmals 1953 in Missionsblättern des Klosters St. Ottilien veröffentlicht, zu einem Zeitpunkt wenige Jahre vor Irlmayrs Tod also, an welchem sich dieser schon lange selbst einen Namen als Hellseher gemacht hatte bzw. seine eigene Sehergabe längst schon unter Beweis stellte. Und eben auch all diese Dinge, Papstflucht, Köln und so weiter, sehr wahrscheinlich selbst schon geäußert hatte, ohne die Feldpostbriefe zu kennen. In den Feldpostbriefen heißt es wörtlich, Dann sagt er, dass der regierende Papst dabei sei beim Friedensschluss, muss aber zuvor in Italien fliehen, da er als Verräter hingestellt wird und er kommt nach Köln, wo er nur einen Trümmerhaufen findet, alles kaputt. Dann erheben sich die Leute selbst gegeneinander. Das sind wohl diejenigen Unruhen, die auch Irlmayr vorher sagte. Denn der Hass und Neid wachsen wie das Gras und die Leute kommen noch immer weiter in den Abgrund. Russland überfällt den Süden Deutschlands, aber kurze Zeit. Und den verfluchten Menschen wird gezeigt werden, dass ein Gott bestehe, der diesem Geschehen ein Ende macht. Um diese Zeit soll es furchtbar zugehen und es soll den Leuten nichts mehr helfen, denn die Leute sind zu weit gekommen und können nicht mehr zurück, da sie die Ermahnungen nicht gehört haben. Dann werden die Leute, die noch da sind, ruhig und Angst und Schrecken wird unter ihnen weilen. Denn jetzt haben sie dann Zeit, nachzudenken und gute Lehren zu ziehen, was sie zuvor nicht gewollt haben. Am Schluss dieser Teufelszeit werden dann die geglaubten Sieger an die Besiegten kommen, um Rat und Hilfe, denn auch ihr Los ist schrecklich, denn es liegt alles am Boden wie ein Ungeheuer. Beim dritten Geschehen soll Russland in Deutschland einfallen und zwar im Süden bis Chiemgau und die Berge sollen da Feuer speien und der Russe soll alles zurücklassen an Kriegsgerät. Bis zu Donau und Inn wird alles dem Erdboden gleichgemacht und vernichtet. Die Flüsse sind alle so seicht, dass man keine Brücke mehr braucht zum Hinübergehen. Dies deckt sich fast wortwörtlich mit der entsprechenden Aussage Irlmeiers. Von der Isar an wird den Leuten kein Leid mehr geschehen und es wird nur Not und Elend hausen. Die schlechten Menschen werden zugrunde gehen, als wie wenn's im Winter schneit. Und auch die Religion wird ausgeputzt und gereinigt. Aber die Kirche hält den Siegestriumph, sagt er. In Russland werden alle Machthaber vernichtet. Die Leichen werden dort nicht begraben und bleiben liegen. Hunger und Vernichtung ist in diesem Lande zur Strafe für ihre Verbrechen. Diese Aussagen enthält der zweite Feldpostbrief. Diese Aussagen widersprechen sich scheinbar zunächst in zwei Dingen mit jenen Irlmeiers. Zum einen wird als Zeitpunkt des Dritten Kriegsgeschehens das Jahr 1949 angeben und die angreifenden russischen Truppen hier, genau entgegengesetzt wie bei Irlmeier, in Süddeutschland verortet. Die Aussage aus den Feldpostbriefen, beim dritten Geschehen soll Russland in Deutschland einfallen und zwar im Süden bis Chiemgau, kann dennoch auch in Einklang mit Irlmeier gebracht werden. Dieser sagte nämlich, bei Kriegsende sollen die, auf dem Rückzug befindlichen und aus Norditalien kommenden, Feinde auch Pidingheim suchen. Dies liegt unmittelbar an der Autobahn A 8 München-Salzburg, jedoch keinen mehr umbringen, also nur noch plündern. Von diesen Feinden, so Irlmeier, käme keiner mehr heim. Man darf auch nicht vergessen, dass Andreas Rill die Aussagen des prophetischen Franzosen vollständig aus seinem Gedächtnis rezitierte und selber des Französischen nicht mächtig war. Übersetzung durch einen Kameraden und Gedächtniswiedergabe können hier manches ungenau machen und etwas aus dem richtigen Kontext zerren. Zum Beispiel die Jahreszahlen, die der unheimliche Franzose jeweils über den Zweiten beziehungsweise Dritten Weltkrieg nannte. Nach Irlmeier also sollen nach Kriegsende durchaus noch feindliche Soldaten durch Teile Südbayerns ziehen, wahrscheinlich von Norditalien nach Osten ziehend, aber eben keine wirkliche Gefahr mehr darstellen. Was sich hingegen offenkundig mit Irlmeier deckt, nahezu der gesamte Rest der Aussagen. Der Angriff Russlands, die Unruhen, die Verfolgung und Flucht des Papstes, seine Ankunft in Köln, die Zerstörung Kölns und der Erdriss, beziehungsweise eine Naturkatastrophe, welche den Krieg beenden hilft. Am Schluss kommt noch Russland und fällt über Deutschland her, wird aber zurückgeschlagen, weil die Natur eingreift und da wird in Süddeutschland ein Platz sein, wo das Ereignis sein sollte, wo die Leute von der ganzen Welt hinreisen, um zu schauen. Erster Feldpostbrief, davon sprach eben auch Irlmeier. Durch eine Naturkatastrophe oder etwas Ähnlichem ziehen die Russen plötzlich nach Norden. Und zur Rolle der Donau, im zweiten Feldpostbrief stand darüber, bis zur Donau und Inn wird alles dem Erdboden gleichgemacht und vernichtet. Das blaue Wasser ist die südliche Grenze. Damit meinte Alois Irlmeier die Donau. Bis Regensburg steht keine Brücke mehr über die Donau, südlich vom blauen Wasser kommen sie nicht. Letztlich decken sich beide Schauungen in den wesentlichen Dingen. Was offen bleibt, ist, wer der Franzose war. Leider lassen und die Zeit zeugen diesbezüglich im Dunkeln. Mir bleibt nur noch, mich für euer Interesse zu bedanken und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert kostenlos diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. und lasst euch nicht ärgern. Vielen Dank.